Hallo und herzlich willkommen auf EPIC. Wir sind hier auf der SHOT Show 2020, zwar nicht auf dem Messegelände, aber auf einem Skistand in der Nähe mit Rap Technologies. Rap Technologies haben wir euch bereits auf der Millipool vorgestellt, da konnten wir leider keine Live-Demo machen, deswegen zeigen wir euch das ganze Gerät nochmal hier auf der Shooting Range in der Live-Demo. Lee wird euch jetzt einmal kurz nochmal das Gerät erklären, dass ihr für alle, die das andere Video nicht gesehen haben, dass ihr wisst, um was es geht und wie es funktioniert und anschließend machen wir die Demo. Lee, nice to meet you again. Nice to meet you again, Martin. So, for everyone not seeing the video we did before at the Millipool, just explain us the device so everyone will know what we're talking about. So, what this device is, it's a mobile restraint device. It's designed that I can restraint somebody from 10 to 25 feet away. So, it inflicts no pain, it deploys an 8-foot Kevlar cord and when it hits you, it wraps around you and the anchors get in your clothing and it acts as part of the restraint system. And it was designed originally for people with mental health issues because as a law enforcement, all my tools hurt. This is the first thing that doesn't hurt. So, we have one of our partners, he's been wrapped 400 times with this device and no pain and he does it all the time. I've been wrapped probably 40 or 50 times, no problem. So, it's a device not for less lethal, not for pain compliant. It's the most humane thing we have now that we can restrain somebody without having to hurt them. Okay, I will translate it first. Okay, so the way the device works is you have a charging head. You have a laser activation button, safety is right here, cartridge release lever. So if I put this as an empty cartridge, there's nothing in it. If I put this in, give it a tug, it's in there. If I don't want it in there, I take my cartridge release lever right here and pull it out. I'm going to use it. I put the cartridge in, give it a tug, take my safety off. When I take my safety off, the laser comes on. So you have a laser and it vibrates, so you know it's on. Then from right here we'll charge it. So then from right here we'll take our handle and we'll charge the device. Now it's ready to be deployed. At this point, if I want to take it on somebody, I can point it at them, use the activation button right here and deploy it on them and wrap them up. Okay, that's the basic function of it. Ich denke, das war verständlich vom Zeigen, das brauche ich nicht groß zu übersetzen. Wir machen das jetzt einmal am Dummy und anschließend probieren wir das mal selbst aus. Ich denke, das Ich denke, das offen ist, ihr seid. Ich kann mich nicht mehr bewegen, also das Ding ist wirklich super. Das hält einen fest, keine Chance mehr wegzukommen. Polar Rap, Rap Technologies findet ihr im Internet, der Link ist unten eingeblendet. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann, macht's gut, bye bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.